Alle Materialien sind aus winzigen Elementarteilchen zusammengesetzt. Diese tragen eine elektrisch positive oder negative Ladung und ziehen sich wie Magnete gegenseitig an. Verschiedene Materialien können negative Ladungen verschieden stark festhalten. So kann Plastik diese deutlich besser festhalten als Tuch und vom Tuch, wenn es ihm sehr nahe ist, also beim Reiben, einige negative Ladungen klauen. Der Plastiklöffel besitzt jetzt mehr negative als positive Ladungen. Er ist insgesamt negativ geladen. Diese überschüssige negative Ladung zieht die positiven Ladungen in den Salz- und Pfefferkörnern an. Da Pfefferkörner etwas leichter als Salzkörner sind, springen die Pfefferkörner zuerst an den Löffel.